Die Chiemgauer Alpen bilden sicherlich die perfekte Kulisse für eine Reha. Doch letztlich kommt es auf die inneren Werte einer Reha-Einrichtung an, nämlich die diagnostischen und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten. Hier im Medical Park sollen sich die Gäste bei einem rustikal-alpenländischen Ambiente wohlfühlen. Im Haus Kampenband wohnen private und gesetzlich Versicherte sowie Privatsaaler. Das Kernstück des Hauses ist die medizinische Trainingstherapie. Hier strampelt man mit Blick auf die Kampenband, die übrigens diesem Haus ihren Namen verliehen hat. Hier trainiert eine Gruppe Patienten die intermuskuläre Koordination. Patienten genießen eine individuelle Betreuung durch sehr kompetente Therapeuten. Beinahe täglich stehen Vorträge zu medizinischen Themen auf dem Programm. Alle Patienten des Medical Parks können die Sauna im Untergeschoss des Hauses Chiemsegel nutzen. 밤 18 for 20 Uhr rinky im Auftrag des Eddy Gethς. Aber dann weiß ich es seit Tag in den nächsten Jahren. indeuten das neue Srir. Bis zum nächsten Mal jetzt. Vielen Dank.